ich muss ja glaube ich mal hier lang ich wüsste sonst nicht wo ich jetzt hin sollte ich hasse seine flugviecher er glaubt er das ja 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 Das war's für heute. Du hast noch einen Weg gemacht. wo ist denn hier lang vor der bestreitung da geht's hoch okay okay jetzt haben wir so eine kurbel jetzt sollte ich hier rauskommen wo ich habe alle ich habe alle wie komme ich jetzt wieder zurück habe ich halt da die kurbel jetzt mit dem seit so leid so außerhalb der die kurbel mit dem man muss aber ich jetzt ein lassen nicht auf hier oder mal schöne mal die ja zwar gucken seid so komisch aus würde die dann habe ich geguckt okay jetzt können wir diese statuen einsetzen vorher jemals natürlich nochmal beim händler speichern es kommt bestimmt irgendwas alles nachladen lästige missgeburt lauf so schnell du willst ich krieg dich schon ich habe mein geschäft erweitert komm sie dich um so soll ich etwas für dich auswählen ich brauche ein bisschen munition glaube ich noch gerne noch etwas danke für deine treue oder verkaufen kann ich noch etwas verkaufen wir haben flüge immer noch wie heißt es doch so schön klein vieh macht auch mist ein gutes geschäft das muss ich schon sagen aber gerne das hat uns schnell das ist eine miene hast du im schaffer zu milizieren schönen tag danke gleichwert so so wir haben alle vier engelsmassen jetzt muss man bloß worten bis die die So, welche Verzückung? Was war das? Nach Trauer und Zorn. So, das haben wir nicht immer öfters, jetzt können wir schnell rausrennen. Ich baile lieber immer öfters, ohne Scheiß. Jetzt muss ich irgendwie rauskommen. Jetzt wollte ich bis sofort das. Neue, durch die Tür. Ja, ich bin draußen. Wo bin ich denn jetzt, ey? Was ist denn Sorg? Ach, das ist der, Alois. Du hast alles ruiniert! Steck auf, du! Nein! Scheiße! Scheiße! Alter! Scheiße, was soll ich machen? Dein neuer Look! Viel besser als der alte! Das ist schon Hexe! Das ist ein Hexe! Das ist ein Hexe! Das ist ein Hexe! Wo ist die hin, ey? Boah! Benut! Das ist ein Hexe! Und ich fahr die Flasche! Willst du dich mit mir um? Doms? Du hast mich noch jemand in dieser Gestalt gesehen! Wie ist das? Du bist mit mir? Ich bin in der Kleine Vergebung. Ich bin in der Kleine. Zu spät für Reue! Was gibt dir das Recht? Das Leben dein auf! Lauf nur! Ich finde dich überall! Fuck! 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 Komm her! Fuck. Oh! Raus ist unsere einzige Ordnung! Du bekommst die... Ich brauche Blut! Mehr! Mehr Blut! Oh, fuck! Oh, fuck! Ah! 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 Du kannst nirgen vorhin, Ethan. Komm, nicht schüchtern. Zeig mir deine... Angst. Ach, nicht schüchtern. Engage! Ha, ha! Ich fress dich! Betal, Dota! Mann! Das stört, Mann! Das stört, Mann! Das stört, Mann! Der ist aus! Ich fress dich! Ich fress dich! Oh! kristalline lady viel spaß in der helle lady dimitrescu besiegt alter jetzt lasst mich speichern gibt es denn irgend gott soll ich hier abhauen sieht nicht so aus ich komme hier wohl endlich raus dreckiges glasgefäß so hüttlich gibt mir in speierburg man danke danke ich habe die bestellte arbeit abgeschlossen bitte bringen sie in das haus mit dem roten schornstein geht durch die höhle dann durch die ruinen unter ins dorf gut aber genau an dieser stelle gerade noch mal ist nach gut also wie gesagt an dieser stelle beden wir erstmal mit diesem bosskampf gegen lady dimitrescu mega hektisch jetzt nicht wirklich schwer aber er hat mich zwar ein paar mal erwischt aber wenn du dich in dieser kleinen burg versteckst und sie auf ihr draufsteckst schießt geht das eigentlich klar muss nur mal kurz flüchten werden diese fliegen da wo sonst ging das ich hoffe jetzt diese aufnahme ist es auch gelungen oder dass ich abbrechen muss aber nicht diesmal wird es eine stelle sieber wird schon was werden keine angst gut wenn ihr mich weiter verfolgen wollt dieses let's play dann lasst gerne ein abo da vor allem abo da keine neuen parts mehr verpassen wollte und dann würde ich mich freuen wenn wir uns hier an dieser stelle das nächste mal wieder sehen dann wünsche wir einen schönen tag ein schöner dann sehen wir das video schaut oder mit rede julie abonniere abonniere abonniere